So, Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry 3. So, wir müssen uns hier schleichen und ja, wir haben in der letzten Folge eine Neemission angenommen und ja, der Auftrag heißt, dass wir jetzt die Typen mit einem Messer killen, beziehungsweise den Typen, der danach gefragt ist. Und ja. Ich schleiche mich mal hier, weil dann könnte er mich ja nicht so leicht sehen. Scheiße. Gut, cool. Der Mann merkt nichts, okay. Ich bin völlig durchgeschwitzt. Okay. Okay, locker bleiben, locker bleiben, locker bleiben. Locker bleiben. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts Hartes gemacht. Ich muss locker bleiben. Und da kann der Typ noch gucken. Okay, ich schleiche nicht, ist jetzt angesagt. Oh, scheiße, der hat es auch gesehen. Dann kenne ich ihn auch halt. Ich schaue ab, ey. Oh, nein. Oh, mein Gott. Also, die sind echt gut, ey. Die KI ist nicht schlecht. Also, hier drin. Ja, ich will aber ins Menü. So, dankeschön. Äh. So, was haben wir denn hier? Ich muss erstmal gucken, wie man Granaten wirft. Ja, okay. So, Steuerung anpassen. Lass mal gucken. Äh. Granate werfen. Mittlere Maus. Das ist alles klar. Heilen. Interagieren. Nachladen. C hocken. Springen. Sprinten. Zielen. Äh. Stein werfen. Nachkampf. F. Ich weiß gar nicht, wie er mich finden konnte. Nur, weil ich den Stein geworfen habe, ey. Wollte mal versuchen, ob es ging oder so, ne? Aber, Leute, ihr wisst ja, ne? Fehlen ist, äh, bei mir an erster Stelle. Meistens sogar. Alter, wie dumm sind die eigentlich, ey. Die sind jetzt schon mal beschäftigt, okay. Echt, die plündern. Hau ab, hau ab, hau ab! Die sind hartnäckig, ey. Scheiße, okay. Der ist der Typ, der ist der Typ. Ah, fuck it, ey. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Okay, Leute. Ich glaube, ich muss wirklich leise angehen, denn sonst schaffe ich das nicht. Ohne das, also das ist unmöglich, finde ich, weil die sind, die KI ist erstmal voll richtig miserabel. Das heißt, dann ist es ziemlich gut, meine ich damit jetzt, also. Ich muss die Leiche wegtun. Weil sonst, äh, sehen die das dann und das dann... Also, wie kann ich die Schleiche jetzt wegtun? Weil sonst sehen die das und dann... Dann bin ich gefickt, ey. Wie viele Leute haben wir denn hier, ey? So, hier einmal. Und zweimal. Geht doch, so geht's, Alter. So geht's, so geht's. Jawohl. So läuft's. Effer drin. Effer drin. Tablette. Um nur Gegenstände... Stell ein Größen, um mehr Geld bei dir tragen zu können, oder gib Geld aus. Konfliktdiamant. Brieftasche ist voll. Ich gucke mal auf Herstellung, was wir für einen größeren, äh... Eine größere Brieftasche brauchen. Ach nee, nicht das, ähm... Dings, Beutel, Rucksack, ja, das... Tapir-Fell. Ein robusteres. Tja, was können wir da eigentlich sonst noch herstellen? Hundefell. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Das ist so... Ja. Das ist dann halt scheiße, ne? So, Geld kann ich nicht mehr mit, mit, mit mir nehmen. Also mit, mit, mit schleppen, schleppen. Kamin, rotes Blatt. Äh, gucken wir erstmal an, was so alles gibt hier. Äh... Tapir, was ist denn eigentlich Tapir? Ich guck mal, ähm... Legende. Vielleicht steht es ja auch da, äh... Ähm... Ich hab keine Ahnung, ey. Da steht auf jeden Fall gar nichts. So, was wir für die Herstellung, für Dings brauchen, ist, ähm... Ich guck grad nach, sorry. So. Beute, Rucksäcke. So. Dafür brauchen wir einen Tapir. Das ist, äh... Das sieht so aus. Dann gucken wir mal... Ganz schnell nach. Ah, okay. Das ist das. Das ist... Das... Dann der Tier. Okay. Das ist es anscheinend nicht, weil das ein Schwein ist. Da sind Hünde. Beute, Kiste. Und so weiter. Und sofort alles. Okay. So. Alles nice. Okay. Ich weiß schon, Far Cry 3 wird auf jeden Fall... Lange dauern. Also... Da sind schon auf jeden Fall... Äh... Mindestens. Mindestens, sag ich schon mal. Ähm... 60 Folgen. Auf dem Depot. Bestimmt. Gedacht. Aber... Ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, ich hab Spaß an dem Spiel, ne. Und, äh... Das liegt mir auch am Herzen, also... Äh... Ich geb's ganz offen und ehrlich zu. Ich verdiene mit einem Videos Geld. Ja. Das stimmt. Äh... Aber aus ganz... Ehrlicher Weise. Also, ich... Nimm... Nimm natürlich ganz normal auf. Ich hab Spaß dran. Natürlich. Sonst... Sonst würde ich es ja... What the fuck. Sonst würde ich es ja nicht tun. Und, äh... Genau das ist, äh... Worauf ich, äh... Hinein... Also... Hindeuten möchte. Für mich... Steht... Ich steht natürlich, äh... Der Spaß am... An erster Stelle. Ich hau ab, ey. Und, äh... Ja. Also, ich zock die Spiele. Also, für mich ist es, äh... Auf jeden Fall wichtig, äh... Überfahren einfach mal. Äh... Für mich, dass ich euch unterhalten kann. Und, äh... In guter Qualität alles einbieten kann, was ihr haben wollt. Und, äh... Für mich ist eigentlich Geld verdienen... Also, so Nebensache. Also... Für mich ist Geld verdienen keine Pflicht. Aber wenn es auch gibt, dann... Dann ist es auch cool, meine ich. Also, so ist es... So ist es bei mir jedenfalls. Oh, da haben wir auch ein grünes Blatt. Grünes Blatt. Ah, nein, da habe ich gerade ein grünes Blatt gesehen. Zwei sogar. Geil. Okay. Gut. Eine Pfeilwurz. Grünes Blatt. Da vorne haben wir noch ein grünes Blatt. Ja, dann kann ich auch, äh... Zwei herstellen. Hier. So. Okay. So. Sehr nice. Eine rote. Brauchen wir aus vielleicht. Ups. Tut mir leid. Alter, mein Wagen raucht schon. So. Hier müssen die Tiere jetzt sein. Also, auf jeden Fall. Und hier gucke ich mal nach, ob es hier irgendwelche Tiere gibt. Ich habe irgendwo was gehört. Irgendetwas. Ich habe irgendwo, irgendetwas gehört. Ich habe was gehört. Aber ich weiß nicht mehr, wo es ist. Also. Beziehungsweise, wo es kam. Ganz schön ruhig, ey, hier. Da. Wir haben, wir haben, wir haben sogar zwei. Ne, drei. Mein Gott. Komm her. Ich brauche ein, äh, Dings. Tapir Fell, okay. Nice. Scheiße. Leute können nämlich nicht in Ruhe lassen. Dass ihr hier seid. Ey, kotzt mich an, dass ihr hier seid. Oh, seine Waffe ist ganz schön gut geflogen. Goldkette. Das wird auch eigentlich mal langsam Zeit, dass ich auch mal hier ein bisschen, äh, meine, meine Gegenstände, äh, verkaufe, weil es sind auf jeden Fall sehr viele. Gegenstände. Und dann bekomme ich auch damit viel Geld. Und so weiter und so fort. Alter, ich hatte doch viele gesehen. Und wo seid ihr denn jetzt? Seid abgehauen, weil ich hier bin, oder wie? Da vorne, ey. Was geht? Ey, komm her, komm her, komm her, ey. Renn nicht weg, Mann. What the fuck, what the fuck. Mann, renn doch mir nicht weg, jetzt. Blöder Idiot, ey. Blöder nicht möglich. Heute Rucksack voll. Äh, können wir es jetzt, oder? Ah, nee, äh, zwei brauchen wir. Oh, das ist so lächerlich. Ja, da muss ich mal ein bisschen, äh, was rausnehmen. Mini Taschenlampe. So, ich guck erstmal, was am wenigsten wert ist. So, warte mal, nee, kaminrotes Blatt. Aber das brauchen wir auch, oder? Äh, Schweinsleder. Geld. Geld. Handknoten. Ja, die kosten natürlich alle gut. Ja, lass das mal wegwerfen, weil dann können wir eine, äh, größere Rucksack machen. Also, einen größeren Rucksack. Ich darf jetzt nicht sterben. Heil dich doch, verdammt nochmal. Geht doch. Oh mein Gott, das war echt knapp, ey. Du siehst mich jetzt nicht, okay? Danke. Äh, ich putze das hier. Eins von drei, okay. Ah, das haben wir. Okay, robustere. Da haben wir schon etwas mehr jetzt. Was wir machen. Bis zu 48 Beutelgegenständig sind mittelgroße und ein starker. Oh, ein Dingo-Fell brauchen wir. So, was haben wir denn hier? Munitionsbeutel. Ich stelle größere Beutel her, um mehr Munition für Pistolen, MPs, Flinten und Gewehre tragen zu können. Fangen mit kleinem Beutel an und größere. Okay. Einfach ein Munitionsbeutel. Wildschweinfell. Alter, ich habe ja sowas von voll viel vor, ey, in dem Spiel. Und Assassin's Creed 3 muss ich euch auch noch aufnehmen. Gleich. What the fuck? Was hat denn? Ja, Granate, hau ab. Die Fresse, ey. Ey, komm her. Ey. Mein Gott, ey, du... Oh, warum laufen die mehr mehr weg? Ah, da habe ich dich noch getroffen. Gib's zu. So. Ich höre Hunde, das heißt auch... Du scheiße, ey. Ich rutsche ab. Sorry, dass ich euch töten muss, aber... Ja. Muss ja auch mal sein. Hallo, wo seid ihr noch? Da. Oder? Ja, da bist du. Da bist du. Da bist du. Was machst du, der Idiot, ey? Ich höre ab, ey. Ja, höh, what the fuck? Hör auf. Zisch ab, ey. Okay, wird langsam mal Zeit, dass ich mal etwas... ähm... Verkauf. So, da haben wir einen am Maniki, aber wir fahren erst mal dorthin. Schnellreise. Und dann mache ich meinen Kahn Cut, ne? Also, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein!